Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, am letzten Mal gab es wieder viele Zwischensequenzen. Mio ist ein Sorgenfall. Ich hätte jetzt gelacht, wäre Sion runtergefallen. Wir wollen zu der Burg gehen und gucken, dass wir diese Annyllator vernichten, also diesen riesigen Laser. Da ist ein Drop runtergekommen. Ich kann den Container wählen, dann kommt doch 100 Pro Watt runter. Erzähl mir kein Spiel. Du wolltest mir noch nie was schenken. Ich sehe auf der anderen Seite auf jeden Fall einen riesigen Affen. Das ist beruhigend. Ach, wir stehen hier jetzt gerade schon beim Schloss. Ich dachte, es wäre noch ein weiter Weg. Da ist auf jeden Fall eine Kononie. Oder jetzt sind die Krieger vom Schloss natürlich. Geht auch. Beziehungsweise könnte hier auch sein. Ich bin nicht schon gespannt, was passieren wird. Erstmal gönne ich mir den Container da. Lass uns einen Pief nehmen. Oh, wunderschönes Geld und Edelsteine. Hochwertige Edelsteine, wenn wir ganz genau sein wollen. Ich rieche eine Hülle in der Nähe. Ich denke, das ist auch fate, hm? Der Arme. Okay, da unten wird was passieren. Da sehe ich noch ein leuchtendes Etwas. So ein Faktment. Ich sah jetzt keinen, wie ich der zu diesem Affen geführt hatte. Ansonsten sehe ich jetzt hier auch nichts. Ich stehe dich auch nichts. I told you life is short, but I didn't mean it like this. Noah, Mio. That voice? Ethel? Ethel? But then who's the other one? That one? It's from Agnes, right? I recognize the Crescent Mooncrest. Kamuravi's piloting that thing. Kamuravi. That's him. Ethel's sworn rival. But why? How do they get them to work together? Flitting like moths to a flame. En's predictions are nothing to be sniffed at. Gotta hand it to him. Anyone else want to show up? N. Eh. I'm afraid this is about as far as you go. Terribly sorry, chums. I know who he is. He's the consul from Colony Zeta. I remember him from a joint operation. Then I guess this one's meant to be from our side then, is she? Never seen her before. Probably. So the consuls are colluding as well. Something's really starting to smell. I concur. I thought that my message to you was crystal clear. Yes, we heard you. That's why we're here. I thought so. I had a hunch that this would be the path the Roboros chose to follow. I don't suppose you'll step aside for us. Wishful thinking. Give it up. Well then, we'll do whatever it takes. For the greater good! Well spoken. Then I say the same to you. Offseers from Kevis and Agnes. Fate binds us. I bear none of you ill will. But my way demands we fight. Come then. And test your mettle against my lands. You've got to be joking. Mother. I'm not testing anything against that. What happened to fight in fair? We won't get anywhere complaining. Ready yourself, Uni. Ready, he says. From the moment I chose this muddy path, I'll be more than ready. Huh. Oh, I know. Then what you say it for, arsehole? Zip it, guys. Get ready. They're here! Oh, das wird heftig. Okay, Efthesphoronis wurde zumindest umgeworfen. Ich weiß nicht, welcher Feronis mir gerade mehr Angst macht. Oh, Thion hat schon viel Schaden genommen. Ich glaube, selbst mit einer Anguskette kriege ich die mit euch nicht hin zum kaputt. Also wir haben gleich zumindest die Anguskette. vielleicht kommt ja eine sequenz wenn einer von denen auf hälfte ist scheinbar nicht dann mache ich meine angriffskette so mit der angriffskette hier bin ich jetzt fast durch ich jetzt kommt die dämonen strafe fl haben wir schon mal besiegt auch wenn mir das im herzen weh tut jetzt fehlt jetzt nur noch kamo ravi so erstmal schwanken bitte das ding kann bluten hier haben wir sehr sehr guten schaden verteilt guck mich an greif mich an du willst mich und du weißt es okay der kamera wieder haut gut rein kann gleich direkt schon die nächste angriffskette hinterher schicken es schwankt es liebt es muss nur noch jemand in oma schlagen und die angriffskette wird nicht mal gebraucht er ist gleich tot auf bin ay bula 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 Wow, how is it so fast? Can't find any way to get inside. The joints. Their sheer power really is something to behold. Noah, Mio. Oh, no good, eh? Good coordination. I'd be done for, if it weren't for this Varaonis. Thanks for the compliment. Noah. What is it? I think this is the decider. Okay, let's do it. Yeah, we've got this. Come on, what are they playing at? Am I crazy? We gave them Varaonises and everything. Hey, they had better not be holding back. You think they might be underestimating us? Us of all people? Listen, oh. Ethel's a lost cause. But Kameravi? We could use him. Kameravi? Oh, I get what you're saying. You know, I forgot we even had that option. Hmm. Now, see the enemy before you. Use every last ounce of strength and grind them to dust. What's wrong, Kameravi? Look, you can see your enemy right there. Enemy. That is my enemy. 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 Enemy! Kameravi? What's wrong with you? Kameravi? Oh, no. The Iris. I knew it. Kameravi! This is... I am... I am under no one's yoke. Kameravi? You're really... Your own eye. I will be as they are. I am... I am free! Free? You're right. We're free. Free! The two of us! What are you saying? Ethel, what's... Attend, Ethel. Yes. Our dream will not perish. What the snuff's going on? Are the consoles doing this? No! This is... It's what they want. Absolutely right, Mia. Ethel! Ever since I met you all. I have admired you. Admire us? Your freedom! I bless the fortune I have had. In meeting all of you, you have my gratitude. Gratitude? This feeling of elation. Liberating. Is it not? I feel it too, Kameravi. What are they fighting each other for? Oh? I can't believe this. He won't listen to any of my commands. Ethel! Why in flames do you have to fight each other? We're supposed to be your enemies! I told you, Noah. Observe. This here is the purpose of my life. Just know. You are the ones who finally opened my eyes. Stop this! Stop it this instant! Ethel! Kameravi! In that case... They're flame clocks! This is weird. Look at the way the light is moving. Is that... Is that their life or what we're seeing? Have you gone completely insane? You were supposed to kill Ouroboros! So stop this senseless fighting and obliterate those brats! If you don't, I'll take your precious little life and drain it dry. Did you hear that? I knew it. So they really can drain their life. Ethel! Kameravi! Noah, we have to kill the consuls. You're right. It's okay, Noah. It's over for us now. That's rubbish! Ethel! This is wrong! All of this is wrong! There's no reason for you to be fighting each other! You might not understand now. But someday you will. This is what I... This is what both of us want! How can... How can any of this be what you want? You're both gonna die! What we leave you is more important. All our aspirations. You must keep them in your hearts. You must take them. Make it all mean something. You have to live! You must live on! Let us cross blades. One last time! One last time! You must keep together! Ethel! Ethel! Hmm, good grief! Looks like we're just gonna have to work out this lot ourselves! You scumbags! Fine then. I did expect something like this. Time for plan B. Interlinking. You've been blessed with quite the talent. You feel special? What now? I do hate to burst your bubble. But I'm afraid it's not just an Ouroboros thing. Oh? I'm ready when you are! Then, shall we? Mobius! Now! Feast your eyes! Come on. Come on. Come on! Come on! Rack of the sea! Come on! Das ist die richtige Form von Interlinken. Ja! Die Form, in der zwei Worlds werden ein. Eine viel mehr Refinung, als dieser... ...Half-Assed-One, du hast du überrascht. Schau uns an und schreie vor der Perfektion. Du bist in der Angst vor dem wir... ...Mia? Stopp! Stopp? Stopp toying! Mit jeder Leben! Was haben sie mit dir gemacht? Warum? Alles, was sie wollten, war sie zu sein. Du hast alles in ein Spiel gemacht. Sie sie weggebracht, wie doller. Das sind unsere Leben hier. Sie sind keine Spiele, die man einfach mit spielen kann. Mimi ist richtig. Ich habe keine Idee, wer Sie wirklich sind. Ich liebe es zu sagen. Aber ich weiß eine Sache. Sie sind wirklich... Sie machen meine Spiele fly. Sie da, in der dritte. Sie fühlen sich schuldig, weil Sie nicht noch nicht verletzt haben. Sie besser genießen das, während es dauert. Weil ich bin zu re-arrangeen beide Ihren Mugs. Normalerweise, ich bin nicht einer für... ...auswärten Erinnerungen der Emotionen. Aber nicht heute. Sie bleiben. Sie bleiben. Sie bleiben. Sie bleiben. Sie bleiben. Sie werden. Sie bleiben. Sie werden. Sie werden. Sie haben im look. Sie bleiben. Sie werden. Also Untervollkommenheit. verstehe ich ja was anderes. Ihr werdet bezahlen. Das waren zwei richtig guttätige Menschen. Ihr werdet so hart dafür bezahlen jetzt. Das ist einem bereits Spielzeug anzusehen. Du Ekelpaket. Deine Form passt zu dem, was ihr seid, ey. Hier werde ich so richtig schön die Nase polieren. Mit einem Schwert in deinem Gesicht. Du kriegst gleich meine Angriffskette ab. So, darf ich dir was vorstellen? Das ist meine Angriffskette und die kriegst du jetzt ab. Ich hab die Angriffskette abgebrochen weil Noah nicht am Leben war. Wenn mal ich die Angriffskette, wenn alle leben, macht sonst keinen Sinn. Hör auf, umzufallen. Du sollst mich angreifen. Eich, wenn man sich angreifen muss, kann man sich angreifen. Geh, wenn man sich angreifen muss, dann kann man das nicht angreifen. Ich kenne nicht hier. Ich kenne meine Angriffskette. Hier, hier stehe ich. Und nochmal wieder hohen. So, und nochmal angriffskette. Und diesmal ziehe ich sie auch durch. So, Leute, es ist an der Zeit, das hier zu beenden. Du bekommst, was du verdienst. So, wie kann es das sein? Our offense und defense, sie waren perfekt. Wie können sie ... wie können sie ... wie sind sie so stark? Gehen Sie nicht! Shut up mit der Infernal BB! Gehen Sie uns, unser Zeitpunkt ist jetzt! Wir waren nur die besten Parten! Ich nehme diese Half-Brain und schiebe die Leben aus ihnen! Ich kann trotzdem ... ich kann trotzdem durch das! Nichts für das! Gehen Sie für die Interlinken! Oh! Better brace yourself! Cause you're gonna have a hard time ... Stopping this! Oh! 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 You're Ouroboros ... No wait! You are nothing to MOBIOS! Oyo, things are looking pretty snuffed up! No! No! Something strange! No! 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 Irgendw磨�mom! No! Ah, bitte! Das hat sie sich imomes positive ... Na, ist das entdeckend? Was selbst! Na, wissen Sie schon? No ... Wir müssen nachdenken! Wir müssen nachdenken! We're not gonna make it! Oh shit! Mio! I'm on it! Huh? Mio, what are you? This is it? It's the only way! This is a game of victory! Grr! 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 Is it over? Are we all in one piece? Yeah, I think I've got all my limbs attached. Squeeze fingers, that was close. Quite a snap decision there, Noah. That was me I was doing. I'm very impressed. It was easy. I do know how you think. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 You think so? I just... ...seems so sad. Sleep well? Yeah. Well, sort of. Well, your eyes are red. Hey, shut up! So what if they are? But... I know what I have to do. Everything's so... clear now. Same here. We'd better hurry. After all, the threat's not gone. Yeah, that's true. Hmm? You surprised me. You did, too. I... I didn't think you were the sort to take such a stand. Sometimes, we're left with no other choice. Hmm. Yeah. I think you're right. Absolutely right. What do we do about... ...Ethel? When things are settled, we'll let Colony 4 know. It's what she'd want. I'm certain of it. Yeah, you're right. She'd be... happy. Okay. Das wäre unverzeihlich gewesen. Und... zu, so... wird einer von euch für mich was? Ähm. Nein. ein weiterer nupont stein naja verkaufst nix ich dachte eine von euch werden händler neben christ oder ist es nur ein gespräch das ist ein gespräch das würde ich sagen können wir uns beim nächsten mal können uns hier die level ups und dann benehmigen wir uns mit dieser ab und die zeit einmal f zu gedenken mich interessiert unter den helden ist sie da jetzt auch weg wusste ja eigentlich weil sie ist ja tot ich sag ja irgendwas passiert immer dass man es am ende nicht mehr nutzen kann bei jedem center blade entweder gebiet oder ein charakter stirbt an dem man verwenden konnte naja jedenfalls ich hoffe dass euch der part gefallen hat wenn ja ab und neig da lassen dann gebe ich euch jetzt die zeit um elfe zu trauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao